Ein Fanfilm von aus Friesland Filmstudio. Die Geschichte des einen Rings. Und des Ringträgers. Hallo, ich möchte Ihnen mal kurz vorstellen. Mein Name ist Norbert Eggersel. Siebenfünfzig Jahre, verheiratet, Vater von zwei Kindern und mehrfacher Opa. Ich bin seit Jahren als Kleinersteller und Kompase in verschiedenen Produktionen unterwegs gewesen. Zum Beispiel Ostfriesland-Krimi, Tatort, Friesland-Krimi, Nena, Overdose, Slowborn, Rotkämpfung der Wolf, Herr der Ringe und so weiter. Ich tue in diesem Film den Gandalf geben. Ein Riesendank dafür geht an Manuela und Stefan, dass sie mir die Rolle zukommen lassen haben. Man fragt oft und hinterfragt sich oft, warum man bei No-Party-Film mitmacht und seine Freizeit dafür opfert. Hier ist das nicht so. Hier beim Ostfriesland Filmstudio freut man sich, wenn man angerufen wird und eine Verfügbarkeitsanfrage gestellt bekommt. Das ist wie in einer großen Familie. Hier macht es Spaß, das Projekt anzufangen und auch zu Ende zu führen. Ich würde jederzeit wieder mit dem Ostfriesland Filmstudio zusammenarbeiten. Ich habe eine Riesenvorfreude auf dem Film und hoffe, dass er auch euch gut gefallen wird. Zum Schluss möchte ich sagen, wir sehen uns bald bei euch im Wohnzimmer. Tschüss! 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 Tschüss!